Wenn mich heute jemand fragen würde, warum ich das gemacht habe, dann würde ich ihm sagen, weil ich Tanzen liebe. Denn Tanzen heißt Leben. In allem, was wir tun, steckt Bewegung, steckt Ausdruck. Beim Tanzen geht es darum, Geschichten zu erzählen und diese zu fühlen und fühlbar zu machen. Alles, was wir tun, ist Geschichte. Untertitelung. BR 2018 Lass uns tanzen heißt also, lass uns leben.